Herzlich Willkommen bei KAPE Berlin und heute sitzen wir hier mit Ellen vom Organisationsbüro Karneval der Kulturen und wir wollen ein bisschen mal Hintergründe beleuchten, wie ist das alles zustande gekommen und ich glaube ich lasse einfach mal Ellen reden. Herzlich Willkommen Ellen. Ja, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Du bist von erster Stunde dabei und wie lange existiert der Karneval der Kulturen? Also der Karneval der Kulturen existiert seit 1996 und ich bin zwar seit der ersten Stunde dabei, aber nicht hier im Organisationsbüro, sondern ich habe selber lange Jahre in Mexiko gelebt, bin mit einem Mexikaner verheiratet und als der Karneval zum ersten Mal auf den Straßen war, hat er mit ein paar Freunden gesagt, da sind wir auf alle Fälle dabei und ich habe die organisatorisch unterstützt und so ist es geblieben und irgendwann bin ich hier ins Büro dazugekommen. Und wie ist das entstanden? Also wo lag die Grundidee? Na die Grundidee lag darin, also 96 erinnert man sich ja vielleicht noch so daran, dass die Mauer war gefallen, Deutschland war vereinigt und es gab sehr viele ausländerfeindliche Übergriffe im Oster der Stadt und vor allen Dingen auch in Brandenburg. Und die Nichtdeutschen, die hier in Berlin eigentlich vorher relativ unbehelligt gelebt haben, hatten plötzlich Angst, sind auch aufgrund der Arbeitsplatzschwierigkeiten in einer neuen Situation gewesen und dann kam einfach die Idee auf, hier im Haus in der Werkstatt der Kulturen zu sagen, also es reicht jetzt mit den schlechten Schlagzeilen ständig immer nur Problemfall auf der ersten Seite, wenn es um Nichtdeutsche geht oder Berliner Nichtdeutscher Herkunft und wir wollen jetzt mal was Positives entgegensetzen und der Karneval ist eben eine Sache, die ist ja in vielen Kulturen zu Hause, ist etwas, was die Verhältnisse umdreht und was einfach da passte und entsprechend auch Erfolg hatte. Habt ihr mit Widerständen da zu kämpfen gehabt damals oder auch heute noch? Naja, ich meine, die Sache ist natürlich, was nach wie vor eben nicht gegeben ist, ist die Finanzierung des Projektes. Es gibt viel Unterstützung, moralische Unterstützung auch von Seiten der Stadt, aber es ist ja bekanntlich so, dass Berlin eben kein Geld hat und wir deshalb eben nach wie vor unterstützt werden, nur in den logistischen Kosten, also alles andere erwirtschaften wir selber, auch unsere Gehälter und da auch von Stiftung Lotto oder mal Hauptstadt Kulturfonds, also nicht im Haushalt der Stadt sind. Das ist ein großes Problem für uns und war es von Anfang an. Und dann war es natürlich auch so, dass durchaus von verschiedenen Seiten kam eine Karneval und so und jetzt will man da irgendwie einen auch fröhlich und lustig machen und die Situation ist so ernst und es ist zu unpolitisch und so weiter. Die Vorwürfe kommen auch heute noch gelegentlich, aber das sind eigentlich Leute, von denen wir glauben, dass sie den Karneval gar nicht kennen. Oder nicht verstanden haben. Oder nicht verstanden haben, weil allein die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gehen und eine Botschaft haben und das freiwillig machen und sich da engagieren und sagen, ich zeige heute, dass ich dazugehöre, ist eigentlich schon eine politische Aussage. Definitiv. Für mich persönlich spiegelt der Karneval der Kulturen ja auch immer wieder genau, eigentlich so sehr kompakt, das lustige, bunte Leben in Berlin eigentlich auch wieder. Wohin soll das jetzt noch weitergehen? Geht das noch weiter? Habt ihr irgendwelche Ziele, die ihr, sag ich mal, vierjahresplanmäßig in der nächsten Zukunft erreichen wollt? Also was ein Ziel ist, was nicht neu ist, sondern schon länger auf unseren Fahnen steht, ist eben, dass wir für Gruppen, die wirklich künstlerisch was vorhaben, auch Gelder zur Verfügung stehen. Dass es eine Art Fonds gibt, wo sich Gruppen bewerben können. Es ist so, dass sich insgesamt die Gelder im kulturellen Bereich in Berlin natürlich sehr viele Menschen teilen müssen und wir haben mit Karnevalsprojekten keine Chance, da unterzukommen. Das ist sehr häufig probiert worden, auch von sehr kompetenten Gruppen. Das ist nicht möglich. Also das heißt, wir möchten gerne erreichen, dass es in welcher Form auch immer, vielleicht auch über ein Fundraising oder Ähnliches, ein Fonds geben wird, an dem sich die Stadt und auch andere namhafte Menschen, die ein bisschen Geld übrig haben, beteiligen. Mäzenen dieser Welt, vereinigt euch nicht vor und geht mal hier bitte an die Werkstatt der Kulturen heran, damit auch entsprechend dort die Finanzierung in Zukunft gewährleistet ist und auch weitelustiges kulturelles Leben hier passieren kann. Wie viele Leute werden dieses Jahr teilnehmen? Letztes Jahr waren es über 100, ist das richtig? Also die Organisationen beziehungsweise Vereine und Wagen, ist das richtig? Gruppen, ja. Also wir haben Formationen, das ändert sich. Manchmal tun sich Gruppen zusammen oder es entstehen neue und es sind sowieso immer mindestens so ein Viertel ungefähr, die sowieso neu dabei sind. 102 Formationen haben wir dieses Jahr im Umzug, 4.430 Teilnehmer. Sonst nichts? Sonst nichts, doch ein Haufen Besucher natürlich. Wir erwarten 1,3 Millionen, wenn das Wetter einigermaßen ist. Wenn das Wetter richtig schön ist, so wie heute, werden es sicherlich mehr. Sagst du uns gerade noch einfach die Daten, diese Eckdaten, von wann bis wann die Veranstaltungen sind, weil der Karneval der Kulturen ist ja nicht nur der Umzug. Nein, der Umzug ist das Herzstück am Pfingstsonntag und beginnt um 12.30 Uhr und endet so Pi mal Daumen um 21 Uhr. Zieht vom Hermannplatz bis zur Jorkstraße und dann fängt aber schon vorher am Freitagnachmittag das Straßenfest an mit vier Bühnen aus vier Weltregionen und fast 400 Ständen und buntes Künstlerprogramm auf unserem Rasen, auf der Rasenfläche des Straßenfestes. Und das Straßenfest geht von Freitag an, Nachmittag 16 Uhr beginnt es bis Mitternacht und dann die nächsten Tage, Samstag, Sonntag, ab 11 Uhr bis Mitternacht und am Montag hören wir um 19 Uhr dann hoffentlich glücklich und zufrieden auf. Gibt es irgendwelche Plätze, wo du sagst, Mensch, das klingt ja nicht, weil dort ist die Dichte in den Menschen, weil ich habe ein paar Mal schon Karnevalekulturen mitgemacht und es ist immer wieder relativ schwierig, man dann überhaupt auch noch annähernd Platz zu finden auf den Bühnen. Der Weg ist zwar recht lang, aber kennst du jetzt selber noch irgendwelche Positionen, wo man sich gut platzieren könnte? Während des Straßenumzugs? Genau. Also ich würde empfehlen, wenn man wirklich richtig viel sehen möchte und nicht zum Beispiel einfach mitlaufen und mitfeiern möchte, würde ich empfehlen die Strecke vom Hermannplatz bis zum Südstern, weil dort auf der einen Seite ja ein Park ist und nicht so viele Wohnhäuser und dadurch auch das Aufkommen etwas geringer ist und auch nicht so viele Läden dazwischen sind und Kneipen. Also da kann man wirklich einen guten Platz finden. Wunderbar. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei Ellen. Weiterhin viel Erfolg auch in dem Zusammenhang und vielleicht möchtest du selber noch einen Gruß oder für meine Einladung aussprechen. Ja, ich hoffe, dass ihr alle kommt, dass ihr viel Freude und Spaß habt und dass wir alle ein super Pfingstwetter haben. Guckt euch das mal an, was sollte da noch schlecht werden. Ich bin Trax, das war Kappe Berlin. Wir sehen uns ganz bald wieder und freuen uns auf euch das nächste Mal. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.